Das war klar. Oh Mann, der Unterricht hat begonnen. Keiner da. Hier ist keiner. Diana, entspann dich bitte. Du bist so schlau. Mädels, hört auf zu streiten. Ist euch klar, dass wir in großen Schwierigkeiten stecken? Alle. Wir drei. Weniger Worte, Mädels. Ich muss mein Gesicht schminken, damit Smile nichts merkt.